Friedrich Wilhelm Marder Das Höhlenmädchen Gelesen von Jasmin Stab Vor Zeiten reiste ein Mann aus Deutschland nach Italien. Da sah er so viele Bäume, die man bei uns nicht kennt, und die herrliche Früchte trugen. Ei, dachte er, sollten nicht viele dieser Bäume auch bei uns wachsen können? Freilich, diejenigen, die auch im Winter grünes Laub tragen, und von denen manche gar zur Winterszeit blühen oder Früchte bringen. Würden bei uns zerfrieren. Orangen und Zitronen werden wir in Deutschland nie im Freien ziehen können. Aber da sind auch so viele Obstbäume, die im Winter ihr Laub verlieren, ganz wie bei uns. Pfirsiche und Aprikosen, Feigen und Mispeln, Mandeln und Kastanien. Warum sollten die nicht auch in unserer Heimat gedeihen? Da nahm er von all diesen Bäumen Kerne mit. Und als er heimkam, steckte er sie auf seinem Gut am Waldsaum. Die Feigen gingen freilich zugrunde, dafür aber wuchsen Pfirsiche und Aprikosen, Mandeln, Kastanien und Mispeln umso kräftiger und trugen ihm nach wenigen Jahren die köstlichen Früchte, die man zu jener Zeit in deutschen Landen noch gar nicht kannte. Der Mann hatte aber in seinem Obstgarten auch viele deutsche Obstbäume gepflanzt. Da sah man Äpfel und Birnen, Pflaumen und Zwetschgen, Kirschen und Nussbäume, Haselnusshecken und Quittenbüsche. Gleich hinter dem Obstgarten aber rauschte der wilde Urwald mit Eichen, Buchen und Tannen. Da traute sich kein Mensch hinein, weil man die reißenden Tiere, die Zwerge und Hexen fürchtete, die dort hausten. Es kam bald darauf ein schrecklicher Krieg, und die Feinde verheerten das Land. Sie erschlugen auch den Mann, und sein Garten wucherte ungepflegt fort und wurde zur Wildnis. Doch trug er in jedem Herbst eine Unmenge von Früchten, die zum Teil von Vögeln gefressen wurden, meist aber zu Boden fielen und verfaulten, weil niemand mehr da war, sie zu pflücken. Zu der Zeit lebte in einem Dorf ein armer Schmied mit seiner Frau, einem Sohn und einem Töchterlein. Der Knabe hieß Peter und war 15 Jahre alt. Das Mädchen war ein Jahr jünger und hieß Waldhilde, als ob ihre Eltern schon bei ihrer Taufe gewusst hätten, dass sie einmal im Wald leben werde. Mit dem Krieg kam die schreckliche Pest, und viele Leute im Dorf starben an der entsetzlichen Krankheit. Auch der Schmied und seine Frau wurden von ihr dahin gerafft und ließen ihre beiden Kinder als Waisen zurück. Wenige Tage darauf fielen die Feinde ins Dorf ein. Sie töteten viele Leute und schleppten die übrigen mit sich fort. Waldhilde aber hatte sich in ihrer Angst im Keller versteckt und wurde von den bösen Menschen nicht gefunden. Als sie heimlich durch das Kellerfenster hinaus spähte, sah sie die Soldaten abziehen und ihren Bruder mitnehmen, dem sie die Hände auf den Rücken gebunden hatten. Jetzt wollte sie aus ihrem Versteck heraus und ihm nachspringen. Als sie aber an die Kellertür kam, schlugen ihr die Flammen entgegen, denn die grausamen Feinde hatten das ganze Dorf angezündet. Schnell flüchtete sie sich wieder in den kühlen Keller, der ihr Schutz bot, weil er aus steinernen Gewölben bestand, die nicht Feuer fangen konnten. Da musste sie bleiben, bis das Feuer erloschen war, was zwei Tage dauerte. Zum Glück waren noch ein paar Laibe Brot dort unten, so dass sie wenigstens keinen Hunger leiden musste. Als Waldhilde endlich aus ihrer Zuflucht heraus konnte, war das ganze Dorf niedergebrannt und keine lebende Seele mehr darinnen, außer ihr. Da merkte sie wohl, dass sie fort musste, um zu sehen, ob sie in der weiten Welt ein Plätzchen finde, wo sie leben könnte. Im Keller war ein Handwägelchen, das zog sie herauf, ins Freie. Auch zwei Säcke Kartoffeln waren noch da, die sie mit vieler Mühe herausschleppte und auf den Wagen lud. Darauf legte sie die vier Laibe Brot, die noch übrig waren, und deckte die Lederdecke darüber, die im Wägelchen lag. Dann begann sie ihre Reise in die weite Welt. Den ganzen Tag war sie gewandert, als sie abends an ein Dorf kam, das auch von den bösen Feinden verbrannt worden war. Nur von einem einzigen Haus stand noch der rauchgeschwärzte untere Stock, der aus Stein erbaut war. Hier fand Waldhilde eine Küche und eine Vorratskammer. Da standen noch große und kleine Kessel, Schüsseln und Töpfe aus Steingut, Einmachgläser und dergleichen. In der Kammer aber Säcke mit Weizen, Gerste und Welschkorn. Es war noch früh im Herbst, doch draußen begann ein eisiger Wind zu blasen, und das Mädchen freute sich, doch wenigstens ein geschütztes Plätzchen zum Übernachten gefunden zu haben. Es stürzte zwei Säcke um, die mussten ihm als Bett dienen. Es froh aber jämmerlich auf dem unbequemen Lager, denn es hatte nichts, um sich zuzudecken, als die lederne Wagendecke. So konnte Waldhilde nur wenig schlafen und war froh, als der Morgen kam. Es war aber kein schöner Morgen. Ein dichter Nebel hüllte alles in seinen feuchten Schleier, und unaufhörlich ging ein feiner, durchdringender Sprühregen aus ihm nieder. Waldhilde lud noch einen Sack Weizen auf ihren Wagen, denn sie dachte, sie könne sich vielleicht Brot davon backen oder wenigstens die Körner gegen den Hunger verzieren, wenn ihre Leibe zu Ende seien. Jetzt konnte sie aber den Wagen fast nicht mehr ziehen, so schwer war er beladen. Draußen vor dem Dorf sah sie eine Schar Hennen mit einem Hahn. Die suchten sich Futter im Freien, weil niemand mehr da war, sie zu füttern. Der Weizensack aber hatte ganz unten ein kleines Löchlein. Daraus fielen von Zeit zu Zeit ein paar Körnlein. Das merkten die Hühner gleich und eilten darum dem Wägelchen nach, die Körnlein aufpickend und sich darum streitend. Jetzt kam ein Wald. Aber was für ein prächtiger Wald! Da war der Garten, den der Mann gepflanzt hatte, der Kerne aus Italien mitbrachte. Da konnte sich Waldhilde an dem köstlichen Obst satt essen, das reif an den Bäumen hing und von dem auch schon der Boden bedeckt war. Oh, könnte ich nur in der Nähe bleiben, dachte sie, und all die herrlichen Früchte einsammeln. Da hätte ich für den ganzen Winter genug zu essen. So kam sie in den Urwald hinter dem Garten und fürchtete sich gar nicht, weil sie nichts von den Gefahren wusste, die er barg. Nach wenigen Schritten stieß sie auf einen Felshügel, der ganz mit Fichten und Föhren überwachsen war. Die Felsen waren mit Tannenzapfen, dürren Zweigen und Ästen bedeckt. Unten aber gähnte die Öffnung einer dunklen Höhle, aus der ein kristallklares Bächlein plätscherte. Waldhilde war bis auf die Haut durchnässt und zitterte vor Kälte an allen Gliedern. Gerne hätte sie sich gleich in der Höhle verkrochen, denn sie dachte, da werde es wohl wärmer sein und sie würde jedenfalls dort Schutz finden vor dem schneidenden Wind und dem rieselnden Regen. Allein es war stichdunkel in dem Loch. Fichten und Tannen waren genug da, von denen sie sich Zweige zu Fackeln hauen konnte. Aber sie besaß nichts, um sie abzuschneiden und einzukerben. Und wie wollte sie die Fackeln anzünden? Da fiel ihr ein, dass sie in der Küche, wo sie die Nacht zugebracht hatte, ein großes Küchenmesser und ein Beil gesehen hatte. Oh, wie dumm bin ich gewesen, sprach sie zu sich, dass ich diese kostbaren Werkzeuge nicht gleich mitnahm und überhaupt nicht alle Fächer und Schubladen durchsuchte, ob nicht wertvolle Sachen für mich zu finden seien. Ich darf doch alles nehmen, was dort ist, weil ja kein Mensch mehr da ist, dem es gehört. Und ganz gewiss muss in der Küche auch ein Feuerzeug zu finden sein. Aber es ist ja nur eine Viertelstunde bis dorthin, also will ich gleich umkehren und mir holen, was ich brauchen kann. Schnell lud sie ihren Wagen ab und eilte mit ihm zurück. Sie fand auch wirklich in der Küche außer dem Beil und Küchenmesser noch viele Esslöffel und Rührlöffel, große und kleine Messer und eine Handsäge. An Feuersteinen, Stahl, Schwamm und Schwefelfäden fehlte es auch nicht. Das alles packte sie in ihren Wagen, lud noch einen Sack Welchkorn und einen Sack Gerste darauf und obendrüber eine Leite, die sie gut brauchen konnte, um die Obstbäume zu besteigen. Mais und Gerste sollten ihr als Hühnerfutter dienen, denn sie dachte, sie könne die Hühner vielleicht mit in die Höhle nehmen und freute sich schon auf die herrlichen Eier. Es war noch früh am Morgen und da das Dorf so nah beim Wald war, fuhr sie gleich noch viermal zur Küche und kam jedes Mal mit hochbeladenem Gefährt zurück. Vor allem holte sie allen Weizen aus der Vorratskammer, da konnte sie jetzt Brot genug backen. Als alle Schätze vor der Höhle abgeladen waren, hieb Waldhilde mit dem Beil einige harzige Fichtenäste zu fackeln ab. Einen davon kerbte sie gleich ringsherum von oben bis unten ein, sodass er lang und hell brennen konnte. Der Regen konnte hier durch das Dach der Nadelbäume nicht bis zum Erdboden dringen. Darum waren die dicht gehäuften Tannen- und Fichtennadeln auf der Erde ganz trocken. Sie warf ein paar Hände voll davon auf einen Felsblock. Dann schlug sie Funken aus einem ihrer Feuersteine. und brachte damit bald ein Stückchen Zunder in Klut, mit dem sie einen Schwefelfaden entzündete. Diesen warf sie in die Tannennadeln und blies die Klut zu heller Flamme an. Jetzt konnte sie ihre Fackel anstecken und drang in die Höhle ein. Zuerst führte nur ein schmaler Pfad neben dem Bächlein hin. Dann kam die Stelle, wo die klare Quelle aus einer Felsritze sprudelte. Dahinter wurde die Höhle sehr breit. Rechts ging es durch ein niederes Loch in eine ganz trockene, geräumige Höhle. Das wäre ein prächtiger Hühlerstall, meinte Waldhilde. Im Hintergrund der Höhle war ein großer, hoher Raum, an dessen Wänden Felsblöcke lagen, sodass er eine vorzügliche Speise- und Vorratskammer abgab. Links von der Quelle führte ein enger Gang etwas bergauf und mündete in eine kleine Höhlung, die aber immer noch genug Platz bot. Der Boden war mit Geröll größeren und kleineren Steinen bedeckt und neben dem Eingang ging ein Loch durch die Decke, ganz wie ein Kamin. Hurra, da kann ich mir einen Herd bauen, auf dem ich kochen kann und der zugleich mein Stübchen hübsch wärmt im kalten Winter, rief das Mädchen. Da will ich mich gleich an die Arbeit machen. Sie suchte sich viereckige, große Felsstücke und Steinplatten aus, mit denen sie einen prächtigen Herd mit zwei Kochlöchern und einem Backofen aufbaute. Auch errichtete sie darauf einen kleinen Schlut, der bis zum Kamin in der Decke reichte, sodass der Rauch abziehen konnte und das Feuer ordentlichen Zug bekam. Die Fugen verstrich sie mit Lehm, den sie in der Nähe der Höhle fand. Dann schnitzelte sie noch ein paar Fackeln, die sie in Felsritzen an den Höhlenwänden feststeckte. Eine in ihrer Wohnstube, eine in der Vorratskammer und drei im Gang, sodass es drinnen hell war und sie nicht immer mit der Fackel in der Hand hin und her musste. Jetzt konnte sie ihre Säcke in die Speisekammer schleifen und ihre Geräte und Werkzeuge in die Stube tragen. Den Hühnern, die in einem Fort Weizen aus dem durchlöcherten Sack gepickt hatten, streute sie noch einige Gersten und Maiskörner ins Moos, um sie an dem Platz festzuhalten. Dann stillte sie selber ihren Hunger mit Brot und Früchten, denn es war Mittagszeit. Am Nachmittag ging sie sofort wieder an die Arbeit. Zuerst machte sie noch zwei Fahrten in die Küche, um Kochtöpfe und Kessel, Pfannen und Schüsseln, Einmachgläser und Steintöpfe zu holen, so viel ihr Wägelchen fassen konnte. Dann sammelte sie reisig, Tannenzapfen und dürre Äste und häufte sie in einer Ecke ihrer Wohnung auf. Nun fiel ihr ein, dass ihr noch ein Bett fehle. Da dachte sie daran, dass in der Vorratskammer neben der verlassenen Küche mehrere leere Kisten standen. Die holte sie jetzt, indem sie dieselben ineinander stellte, denn eine war immer etwas kleiner als die andere. In die innerste Kiste konnte sie noch alles Kochgeschirr und alle Töpfe packen, die sich noch in der Küche befanden. Die größte Kiste, in der sie bequem Platz hatte, stellte sie in ihrer Stube auf und füllte sie zur Hälfte mit Moos an. Das gab ein weiches Lager. Die übrigen Kisten stellte sie in die Vorratskammer und leerte die Säcke hinein. Natürlich Weizen, Gerste und Welschkorn besonders in verschiedene Kisten. Dann legte sie die Deckel darauf, damit die Hühner nicht daran könnten. Zwei Säcke füllte sie noch mit Moos. Der eine gab ein Kissen für ihr Nachtlager, der andere eine warme Decke. Wenn es recht kalt wurde, konnte sie noch die Lederdecke darüber legen. Dann konnte es sie gewiss nicht mehr frieren. Darüber wurde es Abend, und sie lockte jetzt die Hühner in die Höhle, indem sie ihnen Gerste streute. Als sie glücklich in ihrem neuen Höhlenstall waren, verschloss sie den Eingang desselben mit dem Deckel ihrer Bettkiste, den sie ja zu nichts anderem brauchte. Zu ihrer großen Freude fand sie vier Eier draußen im Moos. Das gab mit einigen Nüssen und Haselnüssen ein köstliches Nachtessen. Draußen war es noch immer nasskalt. Waldhilde war ganz durchfroren und zitterte am ganzen Leib. Jetzt aber machte sie Feuer in ihrem Hirt, und bald durchzog eine angenehme Wärme ihr Höhlenstübchen. Und als sie sich dann ihre Eiersot und Nüsse und Haselnüsse dazu aufknackte, um ihr Brot zu sparen, konnte sie sich's wohl sein lassen bei dem herrlichen Festmahl. Dann machte sie sich ein Gestell aus Zweigen und hängte ihre nassen Kleider neben dem heißen Hirt auf. Sie selber schlüpfte in ihr trockenes Nachthemd, das sie sich dadurch angefertigt hatte, dass sie drei Löcher in einen Sack schnitt, eines in den Boden für den Kopf und zwei zu beiden Seiten für die Arme. So legte sie sich in ihre Kiste. Oh, wie weich und warm war es da drinnen! Und wie schlief sie so herrlich, nachdem sie die letzten Nächte so elend hatte frieren müssen. Am anderen Tag war es so stürmisches, nasses Wetter, dass sie zu Hause bleiben wollte und die Hühner nicht herausließ, die sich ja auch an ihren neuen Stall gewöhnen sollten. Zunächst holte sie einen Eimer Wasser an der Quelle, um sich in einer großen Schüssel zu waschen, die sie zu ihrem Waschbecken ausersehen hatte. Dann legte sie ihre Kleider an, die jetzt ganz trocken waren, und eilte, ihre lieben Hühner zu füttern, die schon lustig kackerten. Auf dem harten Steinboden des Stalles fand sie schon wieder drei Eier, die sie in ihre Eierschüssel legte. Zum Frühstück kochte sie sich eine Apfelsuppe und dann war es ihr erstes, dem Federvieh seinen Stallwohnlächer zu machen. Dazu musste sie freilich hinaus, um Tannennadeln und Moos zu holen und auch einige lange Stangen. Diese klemmte sie zwischen Steinblöcken und Felsvorsprüngen fest, sodass die Hühner Platz genug zum Aufsitzen hatten. Den Boden bestreute sie hoch mit Tannennadeln und aus dem Moos bereitete sie weiche Nester. Da müssten die Hühner doppelt so gern legen. Hernach flocht sie aus Ästen und Zweigen eine Menge Hürden, um darauf Kartoffeln und Obst zu lagern. Als Sitzbank diente ihr die kleinste ihrer Kisten. Diese wichtige Arbeit nahm den ganzen Tag in Anspruch. Dann konnte sie aber auch in ihrer Speisekammer alle Felsblöcke mit ihren schönen Hürden belegen und von einem zum anderen solche Gestelle wie luftige Brücken bereiten. Die Kartoffeln legte sie gleich darauf aus, um sie vor dem Verderben zu bewahren. Zum Mittagsmahl hatte sie sich heute eine Gerstensuppe gekocht, die ihr vorzüglich mundete. Zum Abendessen gab es Apfelbrei mit gebratenen Kastanien. Im Übrigen zum Mittag und zur Nacht weiche und harte Eier. Der nächste Tag war warm und schön. Und Waldhilde benutzte das prächtige Wetter, um noch aus der Dorfküche zu holen, was dort zu finden war. Nämlich einige weitere Säcke Gerste und Mais und sogar zwei Säcke Kartoffeln, die sie allein schon den Winter über vor allem Hunger bewahrt hätten, mit denen, die sie bereits besaß. Jetzt brauchte sie nicht mehr mit ihnen zu sparen, wie sie bisher gewollt, als sie diesen Schatz noch nicht entdeckt hatte. Sie kochte sich denn auch gleich zum Mittag eine rechte Schüssel voll. Sie fand auch in einem Winkel allerlei Handwerkszeug, Hammer, Beißzange, Nägel, Stemmeisen und dergleichen und nahm es für alle Fälle mit. Ebenso die Herdringe, die sie für ihren Herd wohl brauchen konnte, den Küchenstuhl und die Bank. Den großen Küchenkasten konnte sie nicht aufladen. Sie schlug ihn aber auseinander, um die schönen Bretter mitnehmen zu können und sich daraus einen Ständer für ihre Häfen und Töpfe zu zimmern. Am Nachmittag suchte sie noch das ganze Dorf ab, ob nicht sonst irgendwo etwas zu finden sei, das ihr von Nutzen sein könne. Sie fand aber nichts als einen Bienenstand. Das war allerdings ein überaus wichtiger Fund. Mit feuchtem Laub machte sie ein Feuer und räucherte die Bienen aus, sodass sie, ohne gestochen zu werden, die gefüllten Waben herausnehmen konnte. Das gab ein halbes Dutzend große Töpfe voll Honig, der für sie den größten Wert hatte, denn Zucker gab es damals noch nicht. Es kam jetzt eine Reihe von schönen Tagen, die Waldhilde fleißig benutzte, um alles Obst und alle Beeren einzusammeln, die der Waldgarten bot. Da führte sie ganze Wagen voll Äpfel und Birnen, Pfirsiche und Aprikosen, Pflaumen und Zwetschgen, Mandeln und Quitten, Nüsse und Haselnüsse, Himbeeren und Brombeeren in ihre Höhle. So groß die Räume darin auch waren, so reichten sie kaum aus zur Aufnahme all dieser Herrlichkeiten. Vor lauter emsiger Arbeit kam das Mädchen in diesen Tagen gar nicht zum Kochen. Aber was tat's? Obst, Nüsse und rohe Eier stillten ja auch den Hunger und schmeckten prächtig. Und solange die schönen warmen Herbsttage anhielten, konnte der Magen gar wohl mit kalter Küche Vorlieb nehmen. Als diese Arbeit getan war, wurde es November. Und nun sammelte Waldhilde Holz, Reisig und Tannenzapfen genug, um den ganzen Winter damit auszureichen. Das schichtete sie sauber an den Wänden ihres Wohngemachs auf. Was da noch zu sägen und zu spalten war, konnte sie im Lauf des Winters zerkleinern, wo es ihr an Zeit nicht fehlen würde. Die Hühner hatten sich an ihren Stall gewöhnt und fanden im Freien noch genug Nahrung an Käfern und Würmern, auch allerhand Kernen, sodass sie wenig gefüttert zu werden brauchten. Wenn Waldhilde mit ein paar Spatenstichen den Waldboden aufgrub, hatten sie genug zu scharren und zu tun, um die leckeren Regenwürmer und Larven zu erbeuten, die da zu finden waren. Sie legten so fleißig Eier, dass ihre Herrin eine ganze Kiste damit füllen konnte, wo sie in trockenes Moos gebettet lagen, um im Winter, wenn das Legen abnahm, einen reichen Vorrat zu liefern. Mitte November brach der Winter mit aller Macht herein. Schnee und Eis machten die Arbeit im Freien unangenehm, zu Zeiten unmöglich. Waldhilde war aber auch jetzt mit allem Notwendigen und Wünschenswerten so ausgiebig versehen, dass sie es nicht mehr nötig hatte, draußen zu schaffen. Umso emsiger begann nun die Arbeit in der Höhle. Da gab es ein Einkochen und einmachen, dass alle Häfen, Gläser, Flaschen und Steintöpfe gefüllt wurden. Oh, die kleine Hausfrau verstand sich auf alles. Die vielen Flaschen, die sie in der Dorfküche gefunden hatte, füllte sie mit Himbeersaft, Brombeersaft, Quittensaft, Apfelsaft, Birnsaft, Pfirsich- und Aprikosensaft. Welche Königin hatte wohl reichere Auswahl an vorzüglichen Getränken? Dann bereitete sie Sülzen und Marmeladen aus all den verschiedenen Obstarten, machte auch ganze Früchte in Gläsern ein und füllte einen großen Topf mit feinstem Quittenspeck. Im Dezember, nach den starken Frösten, konnten auch die übrigen Mispeln eingeerntet und genossen werden. Auch sie lieferten wohlschmeckendes Mus und Marmelade. Zum Süßen all dieser Leckereien diente der Honig. Mandeln, Nüsse, Haselnüsse und vor allem gekochte oder geröstete Kastanien in Honig, was waren das für wunderbare Genüsse? Waldhilde sagte sich, dass sie nie in ihrem Leben so vielerlei und so vorzügliche Speisen zu essen hatte, wie jetzt in ihrer Höhleneinsamkeit, in der menschenleeren Wildnis. Trotz alledem wollten ihr bald all die fürstlichen Speisen nicht mehr recht munden, denn ihr fehlte das Allerbeste, nachdem sie ein immer rasenderes Verlangen verspürte, das Brot. Darum versuchte sie das Brot backen, sobald sie mit dem Einmachen und Eindünsten fertig war. Sie zerstampfte das Getreide im Mörse, den sie ebenfalls in der Dorfküche gefunden hatte, mengte oft zur Abwechslung etwas Gerste oder Welschkorn darunter und siehe da, sie erhielt ein ausgezeichnetes Brot. Auch Früchtebrot oder Schnitzbrot verstand sie herzustellen, indem sie in den Teig zerschnittene gedörrte Apfel und Birnschnitzen, auch getrocknete Pfirsich- und Aprikosenscheiben, sowie Zwetschgen, Mandeln, Nüsse und Haselnüsse mengte. An Kartoffeln und Eiern fehlte es ihr nicht, die sie auf mancherlei Weise zubereitete. Und wenn sie auch weder Fett noch Butter zum Backen besaß, so hatte sie doch Abwechslung genug, um sich täglich schmackhafte Mahlzeiten der verschiedensten Art bereiten zu können. Dazu kamen die feinen Nachtische und als sie noch entdeckte, dass sie aus gerösteter Gerste einen ausgezeichneten Kaffee kochen konnte, glaubte sie wirklich, keine Prinzessin könne so gut leben wie sie. Bis in den Dezember hinein hatte Waldhilde mit all dem so viel Arbeit gehabt, dass ihr die Zeit nie lang werden konnte. Auch jetzt gab es noch mancherlei zu tun. Kochen und Brot backen, Holz sägen und spalten, den Hühnerstall putzen und für frische Streu sorgen, die Felsenstube fegen und aufwischen. Hier und da galt es auch, die Kleider und Unterkleider zu waschen. Und dann musste das Mädchen in einen bloßen Sack gekleidet umhergehen, bis die Wäsche getrocknet war, denn es besaß ja an Kleidung nur so viel es auf dem Leibe trug. Aber all diese Arbeiten nahmen doch nie den ganzen Tag in Anspruch und es blieben noch Stunden genug, wo die Einsame untätig am Feuer saß, wenn es draußen stürmte und schneite. Und dann kam die Langeweile und das bittere Gefühl der Verlassenheit. Oh, wenn sie nur einen einzigen Menschen gehabt hätte, ihr Gesellschaft zu leisten. Oft kamen ihr die Tränen vor Sehnsucht nach den Menschen und manchmal holte sie sich ihre Lieblingshühner in ihre Wohnstube, um doch wenigstens lebende Wesen bei sich zu haben. Und dann klagte sie ihnen ihre Not und ihren Kummer. Aber das Federvieh konnte ihr keine Antwort geben, verstand sie auch nicht, sondern hatte nur Sinn für die Körner und Brotkrumen, die sie ihm streute. Besonders dachte Waldhilde an ihren lieben Bruder Peter. Was mochte aus ihm geworden sein, nachdem die bösen Soldaten ihn fortgeschleppt hatten? Lebte er noch? Und wie ging es ihm? Oh, dass er doch bei ihr wäre oder dass sie ausziehen könnte, ihn zu suchen und zu finden? Eines Abends saß sie so am warmen Herdfeuer und klagte ihren dummen Hühnern ihr Leid. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr's habt, sagte sie. Achtzehn Hennen seid ihr und ein Hahn. Den ganzen Tag könnt ihr miteinander gackern und euch in eurer Sprache unterhalten. Ihr seid immer beisammen, eine ganz große Gesellschaft. Sorgen habt ihr auch keine, denn ich sorge für euch und lasse es euch nie am besten Futter fehlen. Aber mich quälen die Sorgen um meinen geliebten Bruder. Ich bin hier so allein, so einsam und verlassen. Ist denn gar kein menschliches Wesen in der Nähe, das Mitleid mit mir haben könnte und mir Gesellschaft leisten würde, wenn auch nur eine Stunde alle Tage? Doch, erwiderte eine Stimme unter dem Eingang des Gemachs. Oh, wie erschrak Waldhilde, als ihr so plötzlich gewährt wurde, was sie so heiß begehrte, um dass sie in allen ihren Gebeten den lieben Gott anflehte, nur wieder einmal eine menschliche Stimme zu hören, ein menschliches Wesen sehen zu dürfen. Jetzt vernahm sie eine solche Stimme aus nächster Nähe, nachdem sie seit mehr als einem Vierteljahr keinen menschlichen laut gehört hatte, außer, was sie selber laut vor sich hin oder zu ihren Hühnern sprach. Und nun erschrak sie davor, dass sie an allen Gliedern zitterte. Sie sah nach der Tür, von der die Stimme kam. Da stand ein kleines Männchen, einen ganzen Kopf kleiner als sie, und sie war doch erst ein vierzehnjähriges Mädchen. Es war aber nicht etwa ein Kind, sondern ein alter Mann mit einem langen weißen Bart. Er trug einen braunen Kittel, der durch einen silbernen Gürtel um seine Hüften geschnürt war. Dieser Gürtel flimmerte von herrlichen Edelsteinen in allen Farben. Seine grauen Hosen steckten in hohen Lederstiefeln und auf dem Kopf trug er eine sonderbare Kappe aus Metall, während er eine ähnliche in der Hand hielt. »Fürchtest du dich?« sagte das Zwerglein mit sanfter Stimme. »Ich bin doch gekommen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Schon oft bin ich dir unsichtbar nahe gewesen und habe deine Klagen gehört und hätte dich so gern getröstet. Jetzt endlich hat es mir unser König erlaubt, denn er hat auch eine gute Meinung von dir bekommen. Wir haben ja alle gesehen, wie fleißig du gearbeitet hast und wie gescheit und geschickt du bist, trotz deiner Jugend. Wir haben gehört, wie fromm du betest und es mit angeschaut, wie liebevoll du selbst für deine Hühner sorgst. Kurzum, wir Zwerge kennen dich alle als ein gutes, liebes, kleines Mädchen. Und darum hat unser König auch endlich meinen Bitten nachgegeben und mir erlaubt, dir sichtbar zu erscheinen. Ach, sagte Waldhilde, ich sehnte mich wohl nach einem Menschen, aber du bist ja ein Kobold und Gnom, wie ich noch nie einen gesehen habe, und kein Mensch. Oh, rief der Kleine, warum sollen wir keine Menschen sein, nur weil wir nicht so groß werden wie ihr. Was seid ihr doch für hochmütige Geschöpfe? Wir sind ebenso gut Menschen von Gott erschaffen wie ihr. Was würdest du sagen, wenn ein Riese käme und zu dir spräche, du bist ja gar kein Mensch, denn du bist ein Zwerg und nur wir Riesen sind wirkliche Menschen. Ich würde sagen, dass er ein Dummkopf ist und ich bin ebenso dumm gewesen, sagte das Höhlenmädchen, aber du wirst begreifen, dass ich mich vor dir fürchte, weil du das erste Wichtelmännchen bist, das ich zu Gesicht bekomme. Susu, du fürchtest dich vor mir. Du bist einen ganzen Kopf größer als ich, aber trotzdem hast du Angst vor dem schwachen Zwerglein? Da ist es wohl das allerbeste, wenn ich mich gleich wieder aus dem Staube mache, damit deine Bangigkeit vergeht. Oh nein, bleibe doch, bleibe, rief Waldhilde erschrocken, als das Männlein das Brett zurückschob, das den Eingang als Tür verschloss, um fortzugehen. Ja, ich bitte dich, bleibe doch bei mir. Ich bin ja so froh, Gesellschaft zu bekommen und habe schon gar keine Angst mehr. Das war nur der erste Augenblick, weil du mir so unerwartet erschienst. Nun, brummte der Zwerg, indem er die Tür wieder schloss, damit die schöne Wärme, die ihm auch behagte, nicht entweiche. Ein Mensch, wie du sagst, das heißt, ein großer Mensch wäre dir wohl lieber gewesen, als so ein Butzen Männlein. Vor mir kleinen hast du Furcht vor einem Großen wärst du nicht erschrocken? Ist das auch vernünftig? Hast du es nicht erfahren, wie böse und grausam die großen Menschen sind, die ihre unschuldigen Brüder töten, ganze Dörfer anzünden und Kinder mit sich fortschleppen? Wir haben ihre Unbarmherzigkeit auch erfahren und trauen deshalb nicht so leicht eures gleichen. Wir aber sind harmlos und gut, tun keinem etwas zu leide, der uns nichts Böses angetan hat. Ist es nicht Torheit, einen braven kleinen Wicht mehr zu fürchten als einen großen herzlosen Spitzbuben? Sei froh, dass ich gekommen bin und keiner von deinen großen Mitmenschen, denn wer weiß, was dir sonst geschehen wäre. Du magst recht haben, aber seid ihr Zwerge denn wirklich richtige Menschen? Du hast ja selber gesagt, dass ihr euch unsichtbar machen könnt. Das kann doch ein richtiger Mensch gar nicht. Und es geht nicht mit rechten Dingen zu. Das muss doch Zauberei sein und ist gar zu unheimlich. Was? Unheimlich? krollte der Kleine. Ich habe dir gesagt, dass ich oft unsichtbar bei dir war, wie früher schon bei vielen anderen Menschen. Nun denke, was ich dir oder den anderen für Schabernack hätte spielen können, wie ich selbst den stärksten hätte quälen, verwunden oder töten können, ohne dass er sich zu wehren vermochte, weil er mich gar nicht sah. Und ihr Riesen hättet es verdient, dass wir euch hassen und uns an euch rächen. Denn wie habt ihr uns misshandelt und verfolgt, und dennoch tat ich keinem von euch etwas zu leide, wenn ich unsichtbar neben euch stand und es ohne alle Gefahr hätte tun können. Meine Kameraden ebenso wenig. Ist das wirklich so unheimlich, unsichtbare Geschöpfe bei sich zu haben, die einem nichts Böses tun? Ich meine, es ist viel unheimlicher, sichtbare Menschen in der Nähe zu wissen, die zu allen schandtaten fähig sind. Da hast du eigentlich recht, sagte Waldhilde kleinlaut und beschämt. Das will ich meinen, dass ich eigentlich recht habe, fuhr das Zwerglein fort. Und wenn du meinst, das Unsichtbar machen sei Zauberei und gehe nicht mit rechten Dingen zu, so bist du auch damit ganz auf dem Holz weg. Das ist etwas ganz Natürliches und keine wunderbare Kraft, die wir besitzen. Unsichtbar machen bloß die Tarnkappen. Und jeder große Mensch kann sich durch sie ebenso unsichtbar machen wie wir, wenn er eine besitzt. Sie, da habe ich die Hälfte der Kappe auf dem Kopf, die andere Hälfte in der Hand. So wie ich diese auf die erste stülpe, wird mein Leib von einem elektrischen Strom durchflossen, der ihn so durchsichtig macht wie die Luft, sodass er ebenso unsichtbar wird, wie es die Luft für Menschen Augen ist. Pass einmal auf! Bei diesen Worten setzte das Männlein den Oberteil seiner Kappe auf und war im gleichen Augenblick verschwunden. Waldhilde sah sich nach allen Seiten um, aber da war wirklich keine Spur mehr von dem Zwerg zu sehen. Ach, jetzt ist er fort, klagte sie, und ich war doch wirklich so froh, ein wenig Gesellschaft zu haben in meiner langweiligen Einsamkeit und mit jemand sprechen zu können, wenn ich auch zuerst erschrocken bin. Gewiss habe ich ihn durch meine törichten reden beleidigt, dass er fortgewischt ist und nicht mehr kommt. Ich bin noch da, rief eine lachende Stimme. Du bist noch da, aber wo denn, fragte das Höhlenmädchen und sah in jeden Winkel der Stube. Nährchen, ich sagte dir doch, dass ich unsichtbar werde, sobald ich meine Tarnkappe aufsetze. Natürlich, ihr ungläubigen Menschen wollt so etwas nicht glauben, bis ihr es glauben müsst. Sieh, da stehe ich noch an der gleichen Stelle wie vorhin. Dabei hatte der Wicht den Aufsatz seiner Tarnkappe wieder abgenommen. Und richtig, da stand er wieder am gleichen Fleck. Ei, was war das für eine wunderbare Kappe, die einen unsichtbar machte? So eine hätte Waldhilde gar zu gerne auch gehabt. Was konnte man alles anfangen, wenn man sich unsichtbar machen konnte, wann man wollte? Und vor wem brauchte man sich noch zu fürchten? Da konnten die Feinde kommen, die bösen Soldaten, Räuber und Mörder. Was konnten sie einem tun? Kein Herrchen vermochten sie einem zu krümmen. So wie sie einen packen wollten, verschwand man einfach vor ihren Augen und war in Sicherheit. Hätte sie nur so eine Mütze besessen, so hätte sie wohl ihren Bruder erlösen können, wenn er noch lebte und in der Gewalt schlechter Menschen sich befand. Darum sagte das Höhlenmädchen zum Wichtelmännchen, Oh, kann ich nicht auch solch eine Tarnkappe bekommen? Ich könnte sie gut gebrauchen. Das glaube ich dir gern, dass du sie brauchen könntest, lachte der Zwerg. Jedermann könnte so ein nützliches Stück sehr wohl gebrauchen. Aber es fällt uns nicht ein, unser bestes Schutzmittel einem unserer Feinde zu schenken. Die Tarnkappen sind selten und nur die wenigsten von uns besitzen eine. Die geben wir nicht her. Aber leihen kannst du sie mir auf einen Augenblick. Bitte, bitte, schmeichelte Waldhilde. Ich möchte nur geschwind ihre Kraft selber versuchen. Du hältst mich für recht dumm, dass du mir solch einen Vorschlag zu machen wagst, sprach der Wicht kopfschüttelnd. Nicht wahr? Damit du mir mit meiner kostbaren Tarnkappe durchbrennst. Und ich kann nichts machen, weil ich dich nicht sehe. Oh nein, gewiss nicht. Ich gebe sie dir gleich wieder. Das sagst du freilich, aber soll ich dir glauben? Wir wissen ja, wie falsch die großen Menschen sind. Nein, nein, da wird nichts draus. Warum glaubst du denn, dass wir falsch sind? Ich bin ein ehrliches kleines Mädchen. Das mag sein, und du siehst auch ganz so aus. Aber wenn du wüsstest, wie oft wir schon von deines gleichen betrogen worden sind. Natürlich sagt jeder Spitzbube, er sei ein ehrlicher Mensch. Es ist mir noch niemals vorgekommen, dass auch der schlimmste Halunke gesagt hätte, nimm dich vor mir in acht, ich bin ein Erzlügner und ein grundunehrlicher Mensch. Nein, just die Verlogensten beteuern am eifrigsten ihre Ehrlichkeit. Das macht sie ja gerade so gefährlich. Pass auf, wie das ist, wenn ein Spitzbube sagt, ich bin ein unehrlicher Mensch. So ist das die Wahrheit, und er ist also ein ehrlicher Kamerad und kein Spitzbube. Er hat also gelogen, wenn er sagt, er sei ein unehrlicher es einzugestehen. Hat er aber damit gelogen, so ist er also ein Lügner und nicht ehrlich. Wenn es aber verlogen ist, dass er unehrlich sei, so muss er also doch ehrlich sein. Und man darf es ihm aufs Wort glauben, was er sagt, dass er nämlich unehrlich sei. Darum muss er doch unehrlich sein, weil er als ehrlicher Mensch bekennt, dass er unehrlich sei. Sieh, so kann man aus den Menschenkindern gar nicht rauskommen, ob ihr die Wahrheit sagt oder nicht. Und nun höre einmal, was ihr uns alles zu Leide getan habt. Vor langer Zeit waren wir Kleinen die Beherrscher des ganzen Landes. Wir waren allein da. Und das Land vom Rhein bis zur Weichsel gehörte uns. Da lebten wir in Glück und Frieden. Viele von uns wohnten in Hütten über der Erde, viele aber auch schon damals in Höhlen unter der Erde. Beim Graben dieser Höhle fanden wir viel Gold, Silber und Edelsteine, die uns zum Schmuck dienten und zur Herstellung kunstvoller Geräte. Da kamen einmal große Menschen zu uns ins Land. Zuerst nur wenige. Sie kamen vom Aufgang der Sonne und waren rechte Riesen gegen uns. Sie baten uns, ob sie nicht bei uns wohnen dürften und wir erlaubten es ihnen, denn wir sind gute Menschen und dann wollten wir sie auch nicht nicht erzürnen, weil sie so viel stärker waren als wir und es uns besser schien, sie zu Freunden zu haben als zu Feinden. Es kamen aber immer mehr von ihnen zu uns herein und bald fragten und baten sie nicht mehr, sondern gebärdeten sich als die Herren, verjagten uns aus unseren Wohnungen und töteten alle, die Widerstand leisteten. Sie misshandelten uns, die wir uns kaum wehren konnten und forderten von uns unsere Schätze. Wer sie nicht gutwillig hergab, wurde von ihnen erschlagen. Zuletzt waren wir nur noch wenige und flüchteten uns alle in unsere unterirdischen Höhlen, wo wir sicher waren vor ihren Verfolgungen. Denn die Gänge dieser Höhlen sind so schmal und niedrig, dass keine zwei großen Männer nebeneinander hinein können und dass sie auf allen Vieren kriechen müssen, um durchzukommen. So wäre es uns leicht, jeden zu töten, der eindringen wollte, ohne dass er sich wehren könnte. Und fliehen könnte er auch nicht, weil er in dem engen Gang sich nicht wenden kann. Diese Höhlen Gänge führen zu unseren kleinen Kammern, wo auch kein Mensch aufrecht stehen kann. Sie gehen in Schneckenwindungen immer tiefer hinab in den Schoß der Erde und haben überall Seitengänge, die genauso groß sind und gerade so aussehen wie der Hauptgang. und von diesen Seitengängen gehen wieder rechts und links andere aus, so dass ein Mensch, dem es doch gelänge herein zu kommen, sich verirren müsste und unmöglich mehr herausfände. Denn haben wir auch viele Verbindungsstollen, die oft stundenweit unter der Erde hinführen, von einer Höhle zur anderen. Da kann man Tage und Wochen lang reisen, von der Weichsel bis zum Rhein und vom Bodensee und den Bayerischen Alpen bis zur Nordsee oder Ostsee, immer unter der Erde, ohne ans Tageslicht zu kommen. Von unseren Höhlenkämmern und von den langen Gängen aus gehen Luftschächte wie enge Röhren an die Oberfläche, so dass wir immer frische Luft zum Atmen haben. Ihr herrscht jetzt über der Erde in den Ländern, die einst uns Gehörten und eigentlich immer noch unser Eigentum sind. Aber unter der Erde herrschen wir. Wir holen uns unsere Speise im Wald, Pilze, Beeren und Wild, das wir in Schlingen fangen oder mit Pfeilen erlegen. Was wir sonst brauchen, kaufen wir von guten Menschen, mit unseren Schätzen. Wir könnten ja alles umsonst holen, weil wir uns unsichtbar machen können und uns doch eigentlich das ganze Land gehört mit allem, was es hervorbringt. Aber wir sind besser und ehrlicher als ihr und nehmen nichts ohne gute Bezahlung. Da und dort haben wir einen befreundeten Bauer, der uns Getreide und Gemüse liefert. Wir kommen unsichtbar und heimlich bei der Nacht zu ihm. Er allein darf uns sehen und darf auch niemand etwas von unserem Besuch verraten. Dafür wird er so gut belohnt, dass er bald reich wird. Guten Menschen tun wir gerne Gutes. Aber ach, es gibt so wenig wirklich gute Menschen. Wer uns feindlich gesinnt ist und uns Böses antut, den wissen wir wohl zu strafen. Und weil wir das tun können, ohne dass er uns sieht, sagen diese schlechten Menschen, wir tückisch. Aber wenn sie unsere Macht zu strafen empfinden, so ist das immer nur gerechte Vergeltung. Ich sehe, sagte Waldhilde, dass die Menschen euch wirklich grausam behandelt und euch großes Unrecht getan haben. Das tut mir leid und ich möchte euch dafür nur immer Gutes tun, wenn ich das könnte. Das ist schön von dir und ich will es dir auch glauben, denn ich halte dich doch für ein braves ehrliches Mädchen. Sonst würdest du nicht so fleißig beten, ob gleich auch viele von euch das nur aus Heuchelei oder Gewohnheit tun. Allein ich habe dich schon so lange beobachtet und nichts Schlechtes gesehen, das du getan hättest, so dass ich dir wirklich nichts Böses zutraue. Wenn du immer so brav bleibst und die Freundin der Zwerge wirst, so wird dir das von größtem Nutzen sein, denn so klein wie wir sind, wir können doch manches, was selbst den großen Menschen unmöglich ist. Und nun lebe wohl und Gott behüte dich. Mit diesen Worten schlüpfte der Kleine zur Tür hinaus. Wer weiß wohin. Von diesem Tage an kam der Zwerg jeden Abend zum kleinen Höhlenmädchen. Sie lud ihn allemal zum Essen ein und die herrlichen Speisen, die sie ihm vorsetzte, mundeten ihn vorzüglich. Immer wieder sagte er, nein, so etwas Köstliches habe ich noch nie gegessen. Wir essen ja auch gute Sachen, aber solche Leckerbissen haben wir doch nicht. Wie du kleines Mädchen das nur fertig bringst. Wahrhaftig, du bist eine echte Küchenfee. Dann plauderten sie miteinander, bis es Schlafenszeit wurde. Und Waldhilde war so froh, dass sie jetzt nicht mehr gar so einsam und verlassen war, sondern einen Freund hatte, mit dem sie sich unterhalten konnte, und der so gut und lieb war, dass sie ihn von Herzen gern hatte. Wenn er auch nur ein kleines Wichtel Männlein war. Auch der Zwerg gewann das Höhlenmädchen immer lieber, denn er sah, je besser er es kennenlernte, immer mehr, welch gutes, frommes Herz es hatte. Deshalb machte er ihr eines Abends den Vorschlag, sie zum Gnomenkönig zu führen, die mir viel von ihr erzählt habe und der sie gerne sehen möchte. Das war ihr gerade recht, denn der Kleine hatte ihr so viel von der unterirdischen Pracht berichtet, dass sie schon lange wünschte, einmal hinunter zu steigen. Der Zwerg führte sie an das Ende ihres Höhlen Ganges, neben der Vorratskammer, wo sie immer gemeint hatte, da gehe es nicht mehr weiter. Sie hatte nur bei der ersten Untersuchung der Höhle da hinein geleuchtet. Und als sie sah, dass jeder Gang aufführte, ging sie gar nicht bis ans Ende vor. Als aber der Wicht sie nun bis ans Ende führte, sah sie, dass zur linken hart am Boden ein Loch in der Seitenwand gähnte, das durch einen kleinen Fels Vorsprung verdeckt war. Die Öffnung war so eng und niedrig, dass selbst der Zwerg nur gebückt hindurch kam, und wäre sie kein so schlankes kleines Mädchen gewesen, so hätte sie ihm gar nicht folgen können. Das war aber nur der Eingang, gleich dahinter wurde der Stollen so hoch, dass beide aufrecht gehen konnten, wenn auch Waldhilde beinahe mit dem Kopf an die Decke stieß. In vielen Windungen ging es bergab und der Zwerg leuchtete mit der Fackel voran. Bald kamen verschiedene Kammern, an deren Wänden kleine Bänke in den Stein gehauen waren, die mit Moos bedeckt den Gnomen als Betten dienten. Auf Simsen an der Wand standen allerlei Hausgeräte und Geschirre, teils aus Stein oder Ton, teils aus blitzendem Silber oder Gold. Das alles sah schön und prächtig aus. Aber was wollte es bedeuten gegen den Glanz? der ihnen aus der großen Königshalle entgegenstrahlte, die sie bald betraten. Hier flimmerten die Wände aus klarem Bergkristall. Die gewölkte Decke wurde von goldenen Säulen getragen, roten und gelben. Zahllose Öllampen erleuchteten den Saaltag hell. Die einen standen in Vertiefungen der Wände, die anderen schwebten frei von der Decke herab, in kristallenen Schalen, die an silbernen Kettchen befestigt hingen und dem blendenden Schimmer von roten Rubinen und blauen Saphiren funkelten, mit denen sie reich geschmückt waren. Im Hintergrund der Halle erhob sich der Königsthron aus schwarzem Marmor, übersät mit flammenden Diamanten, zwischen denen Amethyste, Topase und Hyazinthe glitzerten. Der Zwergenkönig hatte einen so langen weißen Bart, dass er gewiss bis auf den Boden hing, wenn er vom Throne stieg. Seine goldene Krone war auch mit Edelsteinen in allen Farben besetzt. Und von seinen Schultern wallte ein prächtiger Purpur-Mantel hernieder, gefüttert mit kostbarem Hermelin. Ja, das war ein richtiger König, wenn er auch noch so klein war. Er sah aber so freundlich auf Waldhilde herab, die ganz geblendet von all dem Glanz dastand, dass sie gar keine Furcht vor ihm hatte. Ich habe gehört, was für ein liebes Mädchen du bist, sagte er. Darum freut es mich, dich zu sehen. Ich will dir auch etwas Schönes schenken, das dir dort oben bei den großen Menschen nützlich sein kann. Und weil du deinen Bruder verloren hast, der wohl noch in der Gewalt von Bösewichtern ist, so will ich dir noch etwas ganz Besonderes mitgeben, das kein Mensch besitzt, außer uns Zwergen, und das dir wohl helfen kann, ihn zu befreien. Dann aber musst du es mir zurückbringen, weil es viel Unheil anrichten könnte, wenn es in unrechte Hände geriete. Waldhilde antwortete, ich habe die Zwerge auch recht lieb gewonnen, da ich einen so guten kennen lernte, der mir so viel Schönes von ihnen erzählte. Und es tut mir so furchtbar leid, dass böse Menschen euch so bitteres Unrecht getan haben, dass ihr in die Tiefe der Erde fliehen musstet. Es freut mich ganz besonders, dass ich den herrlichen Königssaal, wie es gewiss auf der ganzen Oberwelt keinen so schönen gibt. Und vor allem, dass ich die hohe Ehre erfahren habe, euch, edlem König, vorgestellt zu werden und so gnädige Worte aus eurer Majestät Munde zu vernehmen, die mich ganz beschämen. Wohlgesprochen, lobte der König lächelnd, man sollte glauben, du seist gewohnt, alle Tage mit Königen zu reden. Doch jetzt wirst du wohl gerne meine Untertanen bei ihrer Arbeit sehen wollen. Oh ja, wenn ich darf, erwiderte Waldhilde lebhaft. Alles, alles hier unten möchte ich kennenlernen. Da führte sie ihr kleiner Freund in die Gänge und Höhlen, wo die Zwerge mit kleinen Spitzhacken das Gold- und silberhaltige Quarz vom Gestein lösten, dann in die Räume, wo es eingeschmolzen und geläutert wurde. Überall war ein Geschimmer und Geflimmer, ein Blitzen und Glitzern, ein Leuchten und Funkeln, ein Glänzen und Strahlen, dass Waldhilde zuletzt die Augen wehtaten vor lauter Schauen in die Märchen bracht. Jetzt ging ihr Führer mit ihr zurück zum König. Der gab ihr eine Handvoll Gold, eine Handvoll Silber und Edelsteine. Dazu ließ er ihr ein Kristallkörbchen reichen, in das sie alles tun konnte. Aber wie erschrak das Höhlenmädchen vor Freude, als er ihm zuletzt den unteren Teil einer Tarnkappe in die blonden Locken drückte und ihr den oberen Teil in die Hand gab. Sobald du dies zweite Stück aufsetzt, wirst du unsichtbar für jedes Menschen Auge. Wenn du deinen Bruder findest und er deine Hilfe nötig hat, wirst du ihm dadurch am leichtesten beistehen können. Hast du ihn aber erlöst, dann musst du mir die Tarnkappe wiederbringen, denn schenken kann ich sie dir nicht, sondern nur leihen. Und wenn ich nicht glaubte, dass du treu und ehrlich bist, würde ich dir niemals ein so kostbares Kleinod anvertrauen. Oh, ich zitternd vor Glück. Sobald ich meinen Peter wiederhabe, brauche ich sie nicht mehr und werde euch zeigen, dass ihr euer Vertrauen keiner unwürdigen geschenkt hat. Dankend verabschiedete sie sich von dem freundlichen König und ging wieder in ihre Höhle zurück. Gewiss aber hätte sie den Rückweg durch die vielen verworrenen Gänge niemals finden können, wenn nicht ihr Freund sie begleitet hätte. Als dieser am nächsten Abend wieder zu ihr kam, sagte sie, draußen scheint es Mai zu sein, bis jetzt hat es immer gestürmt und geregnet, heute aber ist schönes warmes Wetter und darum möchte ich gleich morgen auf die Reise gehen, um meinen lieben Bruder zu suchen. Ja, es ist Frühling, sagte der Zwerg. Mai ist es freilich noch nicht, aber April und die Mandeln blühen schon längst. Bald werden auch die Kirschen ihre Schneeblüten entfalten und dann die Zwetschgen, Birnen und Äpfel Schlag auf Schlag die Pfirsiche und Aprikosen stehen bereits sinnvoller Blüte. Das Wetter ist gut und haltbar, ein schönes Reisewetter. Und so leid es mir tut, wenn du von mir scheidest, so verstehe ich es wohl, dass du dein Höhlenleben satt hast und vor allem dich sehnst, deinem armen Bruder Hilfe zu bringen. Ich hoffe auf ein frohes Wiedersehen. Nur eins macht mir Sorge, meinte das Höhlenmädchen. Meine lieben Hühner, sei nur getrost, jetzt finden sie Nahrung im Freien, erwiderte das Heinzelmännchen. Wir wälzen einen Felsblock in den Höhleneingang. Da liegt ja gerade vor der Höhle einer, der gut passt. Für die Hühner bleibt dann noch ein Loch frei neben dem Bächlein. Durch das sie in ihren gewohnten Stall schlüpfen können. Und kein Mensch wird ahnen, dass sich dahinter eine Höhle verbirgt, die auch für Menschen zugänglich ist. Übrigens ist weit und breit kein Mensch in der Gegend. Und wenn einmal einer daher käme, so traut er sich doch nicht in den Wald, denn der ist verrufen und auch gefährlich. Jeden Morgen und Abend werde ich selber deinen Hühnern noch etwas Futter in den Stall streuen. Es ist ja noch genug in den Kisten. Dann leiden sie gewiss keinen Hunger und kehren sicher immer in die Höhle zurück. Du wirst mir wohl erlauben, die Eier mitzunehmen, denn sie sind für uns ein seltener Leckerbissen und der König wird sich königlich über sie freuen. Will aber ein Huhn brüten, Küchlein gut pflegen. Oh, wie dankbar bin ich dir, sagte Waldhilde, dass du mir diese Sorge so freundlich abnehmen willst. Und natürlich darfst du die Eier nehmen, das versteht sich doch von selbst. Dann ist der Dank ganz auf meiner Seite. Am anderen Morgen in aller Frühe erschien es wieder, um Abschied zu nehmen. Waldhilde stand schon reisefertig da und hatte nur noch auf den kleinen Freund gewartet, weil er versprochen hatte zu kommen, ehe sie gehe. Sie hatte sich nicht schwer mit Reisegepäck beladen, um rascher wandern zu können. Nur ein Säckchen mit einem Laib Brot, Kastanien, Mandeln und Haselnüssen hatte sie umgehängt, um keinen Hunger zu leiden, bis sie menschliche Wohnungen erreiche, wo sie Lebensmittel genug kaufen konnte, für das Gold und Silber, das sie vom Zwergenkönig bekommen hatte. Ihr kleiner Freund brachte ihr noch ein Büchslein und sagte, ich bin in Sorge um dich, bis du aus dem gefährlichen Wald heraus kommst. Darum habe ich dir hier ein Krampfpulver mitgebracht. Wenn du davon nur ein ganz klein wenig in einen offenen Rachen streust, so bekommt er den Kinnladenkrampf und kann sich eine Dankeschön, erwiderte Waldhilde. Aber ich kann mich ja unsichtbar machen, so wird es keine Gefahr haben. Du wirst schon sehen, entgegnete der Zwerg, dass das Unsichtbar Machen nicht immer helfen kann. Darum ist es gut, wenn du das Pulver hast, das wir aus der Krampfwurzel bereiten. Auch auf die Ellenbogen und Kniegelenke kannst du es im Notfall streuen. So kann dein Feind die Füße nicht mehr bewegen und die Arme nicht mehr brauchen, sodass er dir gar nichts anhaben kann. Das Höhlenmädchen bedankte sich nochmals und nahm Abschied von dem treuen Heinzelmännchen. Dann trat es seine Wanderung durch den wilden Wald an. Je tiefer es in den Wald drang, desto dichter und unheimlicher wurde er. Auf einmal erscholl ein frat aus dem Gebüsch ein großer zottiger Bär. Schnell setzte Waldhilde ihren Tarnkappenaufsatz auf, um sich unsichtbar zu machen, und hüpfte auf die Seite, ganz leise und unhörbar, wie sie es auf dem weichen Moosboden gut konnte. Aber der Bär wandte sich ihr gleich zu, als ob er sie immer noch sehen könne, und sperrte seinen Rachen weit auf, um nach ihr zu schnappen. Oh, dachte das Mädchen, bin ich denn nicht unsichtbar? Aber sie war es doch gewiss, denn sie konnte sich selber nicht mehr sehen. Oder sollten die Tiere auch unsichtbare Menschen sehen können, wie Biliams Esel den Engel gesehen hat, den sein Herr nicht sah. Aber nein, die Tiere hatten ja einen so feinen Geruch, dass sie wittern konnten, wo man war, auch ohne einen zu sehen. Das fiel Waldhilde zur rechten Zeit ein. Da konnte die Tarnkappe freilich nicht viel helfen, aber rasch griff sie nach ihrem Büchschen, öffnete es und nahm zwei Finger voll von dem Pulver, das sie in den gähnenden Rachen warf, als er eben zubeißen wollte. Da bekam der Bär den Krampf in seine Kinnladen und Er stieß ein wütendes Geheul aus, denn der Krampf tat ordentlich weh. Zugleich erhob er die rechte Pranke, um das Mädchen zu Boden zu schlagen und zu zerfleischen. Als Waldhilde dies sah, streute sie ihm schnell ein wenig Pulver in die Gelenke aller vier Beine. Die zogen sich mit einem Ruck zusammen und das wilde Tier stürzte zu Boden, weil ihm die Knie einknickten. Er konnte sich nicht mehr von der Stelle bewegen und winselte erbärmlich. Wie froh war das Höhlenmädchen nun, dass ihr der Zwerg das treffliche Pulver gegeben hatte, sonst hätte es der fürchterliche Bär gewiss aufgefressen. So aber kam es mit dem Schrecken davon. Später begegnete ihm noch ein halbes Dutzend Wölfe und da hatte es zu tun, um sie alle zu lähmen, ehe sie zuschnappen konnten. Aber Waldhilde war behände und es gelang ihr, sie so schnell mit dem Pulver zu bestreuen, dass keiner sie zu packen vermochte. Dennoch atmete sie erleichtert auf, als bald darauf der Wald ein Ende nahm. Es war schon dunkel, als sie heraustrat. Aber nun musste sie doch die Nacht nicht im Walde zu bringen, wo es so viele reißende Tiere gab. Wie wäre es ihr sonst wohl ergangen? Im Schlaf hätte sie sich doch nicht wehren können und wäre gewiss von irgendeinem Raubtier zerrissen worden. Sie fand einen leeren Heuschober, in dem sie ruhig schlafen konnte. Zur Vorsicht aber schloss sie die Tarnkappe, damit sie während ihres Schlafes unsichtbar sei, für den Fall, dass in der Nacht böse Menschen in die Hütte kämen. Und daran tat sie sehr recht. Sie hatte wohl einige Stunden geschlafen, als sie von einem Stoß aufwachte. Sie erblickte einen finsteren Mann mit schwarzem struppigem Bart am Boden liegen. Er hatte eine Fackel in der Hand und erhob sich rasch. Da sah Waldhilde im Schein der Kienfackel noch einen anderen Mann mit wildem roten Bart, der fast noch unheimlicher aussah. Der Erste leuchtete aber im ganzen Schrube umher und sagte, »Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich bin doch über etwas Weiches gestolpert, sodass ich hinfiel. Ich kann aber gar nichts sehen, dass es gewesen sein könnte. Schnell kroch das Mädchen hintersten Winkel des Schuppens, damit keiner der beiden Kerle wieder an sie hin stoße. »Wenn man so ungeschickt ist wie du, lachte der Rotbart, dann fällt man auch auf dem ebenen Boden. Das ist jedenfalls klar. Der Grund hier ist so glatt und leer, dass man über nichts stolpern kann. Nicht einmal ein Steinchen ist zu sehen. Jetzt erst war Waldhilde ganz gewiss, dass sie unsichtbar sei und freute sich heimlich darüber, denn die Männer sahen gar zu gefährlich aus. »Wenn jemand da gewesen wäre, den hätte ich gleich kalt gemacht«, sagte nun der Schwarzbärtige und schwang drohend ein langes Messer. Der andere aber lachte wieder und sprach spöttisch, »Was wuchtelst du denn so wütend mit deinem Dolch umher? Du willst wohl die Luft totstechen. Das lass nur bleiben, denn die brauchen wir notwendig zum Schnaufen. Sein Kamerad aber ärgerte sich über den Spott und erwiderte, »Pass nur auf, dass dir die Luft nicht ausgeht, wenn du am Galgen baumelst. Nun«, sagte der wieder, »Dann wird es dir gewiss nicht anders gehen, denn du wirst an meiner Seite hängen. Das hat noch gute Wege. So leicht lassen wir uns nicht erwischen. Wir sind noch immer heil entkommen, denn so geschickte und schlaue, dazu starke und mutige Räuber wie wir gibt es in der ganzen Welt nicht mehr. Lass uns lieber beraten, wie wir dem König seine Schatzkammer lehren. Ja, das habe ich dir sagen wollen. Die Sache ist ganz einfach. Ich habe nämlich den geheimen Gang entdeckt, der fängt in dem trockenen Brunnen vor der Stadt an und geht gerade unter das Schloss. Wenn man an das Ende des Ganges kommt, braucht man nur die Steinplatte zu heben, die man über dem Kopf hat, und man ist gleich mitten in der Schatzkammer. Ich hätte schon heute Nacht Gold und Silber und Edelsteine genug mitnehmen können, aber man hätte es entdeckt, und dann hätten wir nicht wieder kommen können, weil man gewiss eine Wache in das Gewölbe gestellt hätte. Darum wollte ich es erst dir sagen, denn zu zweit können wir fast alles fortschleppen. Das ist ein Glück, denn wenn du ohne mich die Schätze gestohlen hättest, so wäre ich dein Todfeind gewesen, und das wäre dir übel bekommen. Ach was, ich fürchte den Teufel nicht, noch viel gut sein. Wir machen das Geschäft miteinander. Also um Mitternacht, sagte der Schwarzbärtige, und die beiden gingen hinaus. Waldhilde wartete, bis es Tag war, dann stillte sie ihren Hunger und machte sich auf den Weg. Da weit und breit niemand zu sehen war, ging sie sichtbar dahin, denn es war ein gar zu unheimliches Gefühl, wenn man sich selbst nicht mehr sehen konnte. Es war einem dabei immer, als ob man gestorben sei. Deshalb wollte sie die Tarnkappe nur gebrauchen, wenn es durchaus nicht anders ging. Nach zwei Stunden kam sie an den vertrockneten Brunnen, von dem die Räuber gesprochen hatten, und als sie den Hügel erstiegen hatte, der gleich dahinter ragte, sah sie ganz in der Nähe eine große prächtige Stadt zu ihren Füßen liegen. Allein da standen zwei Wächter, die wollten sie nicht hineinlassen. Da halfen keine Bitten und keine Vorstellungen. Es ist in der letzten Zeit so viel geraubt und gestohlen worden in der Umgegend, sagte der eine Wächter, dass der König befohlen hat, keinen Fremden herein zu lassen, sonst könnten wir das Raubgesindel noch in die Hauptstadt bekommen. Aber ein armes, schwaches Mädchen wie mich könnt ihr doch getrost hereinlassen. Ach was, Befehl ist Befehl, da dürfen wir keine Ausnahme machen. Schließlich kann auch ein Kind im Bunde mit den Spitzbuben stehen und ihnen helfen. Da sah Waldhilde wohl, dass sie nur unsichtbar Einlass finden könne. Sie setzte ihren Aufsatz auf die Kappe und verschwunden war sie vor den Augen der Wächter. Zum Kuckuck, rief der eine und rieb sich die Augen. Wo ist denn das kleine Mädchen auf einmal hingeraten? Es stand doch im Augenblick noch da. So plötzlich habe ich auch noch niemand verschwinden sehen, sagte der andere. Aber sie hat sich jedenfalls geschwind aus dem Staub gemacht. Rau und grob genug hast du sie ihr angefahren, dass ihr der Erste Unsinn Geschwindigkeit ist keine Hexerei rummte der Zweite Unterdessen war die Unsichtbare schon an ihnen vorüber durchs Tor geschlüpft in die Stadt hinein. Sie ging gleich unsichtbar weiter, da sie sich wohl dachte, man werde sie sonst nicht in das Schloss lassen. Erst als sie in den Palast hineingewischt war und vor einer goldenen Tür stand, auf der geschrieben war königliches Arbeits- und Nachdenkzimmer, nahm sie den Oberteil der Kappe ab und klopfte an. Herein wurde gerufen. Da trat sie ein. Der König trank eben seine Schokolade und las das Morgenblatt. Natürlich das Regierungstreue. Denn die anderen ließen seine Minister ihn gar nicht lesen, weil in ihnen über sie so viel geschimpft wurde, was seine Majestät nicht wissen durften. Sonst wäre manches Unrecht an den Tag gekommen und sie wären bestraft und wohl gar abgesetzt worden. Der Landesvater hatte es sich bequem gemacht und seine Krone lag neben ihm auf einem Mammortischlein. Als das Höhlenmädchen eintrat, setzte er sie rasch auf, um sich mehr Ansehen zu geben und sprach. Ei, was will denn das kleine Mädchen von mir? Man darf doch nicht unangemeldet zum König kommen. Ich dachte, es sei nur der Kammerdiener. Das ist einmal eine Schlamperei von den Wachen. Nun aber berichtete Waldhilde dem König, was sie von den Räubern erlauscht hatte. Der horchte hoch auf. Schau einer, rief er zuletzt erstaunt aus. Das sind ja hoch wichtige Nachrichten. Also so sieht es aus. Da führt ein geheimer Diebesgang in meine Schatzkammer, von dem ich kein Sterbenswörtchen weiß. Da hätte ich ja heute Nacht ausgeplündert werden können, dass ich morgen früh so arm gewesen wäre, wie eine Kirchenmaus. Das ist ja ein Glück, dass du mir den sauberen Anschlag verraten hast. Jetzt können wir ja die Schurken überraschen, die schon lange das Land unsicher machen und nie erwischt werden konnten. Sogleich ließ er den Polizeiminister rufen und Waldhilde musste dem sagen, was sie wusste. Der rieb sich die Hände und sprach Ausgezeichnet! Da verstecken wir ein paar Schutzmänner in der Nähe des Brunnens. Sobald sie sehen, dass die Räuber eingestiegen sind, umzingeln sie den Brunnenrand. Eine andere Abteilung kommt in die Schatzkammer und fasst die Schelme ab, wenn sie heraufsteigen. Gelingt es ihnen aber zu entfliehen, so fallen sie den Polizeisoldaten beim Brunnen in die Hände. So können sie uns nicht entgehen. Das gibt wieder einmal einen guten Fang. Ja, ja, die Polizei bringt alles heraus. Und wären die Fäden noch so fein gesponnen, das Auge des Gesetzes entdeckt sie doch. Und das Auge des Gesetzes, das bin ich. Danket Gott, Herr König, dass ihr einen so schlauen und scharfsinnigen Polizeiminister habt. Ein liebe kleine Mädchen ihm nicht erst alles verraten hätte. Aber so ist es mit der Polizei immer. Sie findet nie einen Spitzbuben und weiß kein Verbrechen zu enthüllen, außer wenn andere ihr die Nase darauf stoßen und die Täter verraten. Und dann rühmt sie sich laut ihrer Findigkeit, der nichts entgehen könne. Von ihren tausend Fehlschlägen und Missgriffen lässt sie aber fein nichts verlauten. Der Polizeiminister machte ein langes Gesicht und glaubte, der König tue ihm Unrecht. Denn wie oft hatte er schon Unschuldige einsperren und strafen lassen, wenn er die Schuldigen wie gewöhnlich nicht finden konnte. Es lag ihm daran, dass für jedes Verbrechen immer einer bestraft werde, mochte er noch so schuldlos sein. Nur dass die Leute nicht sagen könnten, die Polizei bringe nichts heraus. Und jetzt bekam er solche Vorwürfe, trotz seines löblichen Eifers. Er wagte aber nicht, dem König zu widersprechen. In der Nacht wurden die Räuber gefangen, und der König war so froh, dass seine Schätze gerettet waren, dass er Waldhilde fragte, was für einen Lohn sie begehre. Wenn ich nur durch euer Reich ohne Hindernisse reisen kann, so will ich nichts weiter, sagte sie. Da war er froh, denn er hatte gemeint, sie werde viel Geld verlangen. Er gab aber nicht gerne welches her, weil er ein wenig geizig war. Er ließ nun gleich einen Wagen anspannen, um das Mädchen durch sein ganzes Reich führen zu lassen. Auch befahl er, dass sie überall umsonst essen und trinken und übernachten dürfe, denn das kostete ihn nichts. So kam Waldhilde in wenigen Tagen bis an die Grenze des Landes, wo die Feinde wohnten, die damals ihr Heimatdorf niedergebrannt hatten. Hier nahm die Wagenfahrt ein Ende, denn in das Nachbarland durfte der königliche Wagen nicht fahren. Waldhilde stieg aus und gab dem Kutscher als Trinkgeld einen Diamanten, der wohl tausend Goldstücke wert war. Der Kutscher, der noch nie einen Edelstein gesehen hatte, hielt ihn aber für ein Stück Glas und schimpfte dem ganzen Land über das schäbige Höhlenmädchen. Den Diamanten warf er wütend fort und er fiel in ein Mausloch, wo er heute noch liegt, weil die Mäuse keine Diamanten fressen. Das Mausloch aber ist hart an der Grenze des Landes, gerade da, wo sie scharf nach rechts ausbiegt. Man könnte es sehr leicht finden, wenn man den wertvollen Edelstein haben wollte. An der Grenze des feindlichen Landes begann aber wieder die gleiche langweilige Geschichte. Die Grenzwächter wollten Waldhilde nicht durchlassen. Darüber ärgerte sie sich gewaltig. Wohnen hier nicht die Schurken, die unsere Dörfer und Städte niedergebrannt und so viele Leute gemordet und andere weggeführt haben? rief sie. Und habt ihr nicht auch meinen lieben Bruder Peter fortgeschleppt? Und nun wollt ihr mich nicht einmal hereinlassen um ihn zu suchen? Oh, bist du eine von denen und willst du nach deinem gefangenen Bruder forschen? Dann musst du erst recht draußen bleiben. Nun, mir ist es einerlei, was ihr elenden Tropfen mir verbieten wollt. Glaubt ihr etwa, mich hindern zu können, wenn ich herein will? Da kennt ihr mich schlecht. Ich gehe doch in euer böses Land, ob ihr wollt oder nicht. Als Waldhilde mit gerunzelter Stirn so sprach, da lachten die Soldaten aus vollem Halse und riefen, seht einmal dieses kleine Mädchen an. Solch eine großmäulige Prahlerin hat die Welt noch nicht gesehen. Sagt gar, sie wolle den Durchlass erzwingen, den ihr hundert bewaffnete Helden versperren und verwehren. Aber wo ist sie nur hingekommen, die freche Kröte? Da bin ich, antwortete Waldhilde mit hellem Lachen und die Stimme erscholl hinter den Wächtern. Denn das Mädchen hatte sich geschwind unsichtbar gemacht, war zwischen den groben Gesellen hindurch geschlüpft und stand nun schon im Land, das sie nicht betreten sollte. Nun machte es ihr Spaß, den hartherzigen Kriegern zu zeigen, dass sie keine Furcht vor ihnen habe und dass ihnen ihre Zahl und Stärke und all ihre Waffen nichts nützen gegen das kleine Mädchen, dass sie so verachtet und so schmählich verspottet hatten. Dann nahm sie die Oberkappe ab und ließ sich wieder wieder sichtbar werden. Die Wächte, als sie die Stimme in ihrem Rücken hörten, wandten sich ganz verblüfft um und waren vor Staunen und Schrecken starr, als sie richtig die Kleine im Land sahen, in das sie ihr doch den Eintritt hatten verwehren wollen. Sie klotzten sie an, als sähen sie ein Gespenst. Der Mutigste aber brüllte, die kann ja Sprünge machen wie ein Floh, aber das soll sie nicht helfen. Drauf Kameraden, dass wir sie ergreifen und dann wollen wir sie zum Land hinaus peitschen, dass ihr das Wiederkommen vergeht. Ja, ja, blutig wollen wir sie peitschen, brüllten die rohen Soldaten und stürzten alle auf Waldhilde zu. Aber da war auch keine Spur mehr von ihr zu sehen. Die gefoppten Helden rieben sich die Augen und sahen sich nach allen Seiten um, ob sie wieder über ihre Köpfe weg zurück gesprungen sei. Aber sie war und blieb verschwunden. Nur ein silbernes Lachen hörte man noch, das die Soldaten heillos ärgerte. Aber sie konnten nirgends das lachende Mädchen erblicken, das sich königlich über seinen Streich freute und unsichtbar weiter ins Land hinein wanderte. Erst als die Wächter sie nicht mehr sehen konnten, nahm sie die Tarnkappe wieder ab, denn jetzt hatte sie nichts mehr vor ihnen zu fürchten. In der nächsten Stadt kehrte sie in einem Gasthof ein und fragte die Wirtin aus. Die war so redselig wie die meisten Frauen, besonders die und schwatzte alles aus, was sie wusste. Ja, das will ich meinen. Im letzten Herbst hat unser Heer das friedliche Weizenland überfallen und große Beute mitgebracht. Wir haben alle unseren Teil davon bekommen. Auch viele Gefangene schleppten sie mit heraus, die als Knechte bei uns arbeiten müssen. Das ist uns lieb, denn so ersparen wir den Lohn. Sie bekommen nichts als Wasser und schimmliges Brot, sodass uns ihre Arbeit recht billig kommt. Und schaffen müssen sie vom frühen Morgen bis in die tiefste Nacht. Wenn einer nicht mehr will oder kann, so lehrt ihn die Peitsche weiter arbeiten, bis er zusammenbricht. Oh, die Ärmsten, klagte Waldhilde, und die Tränen flossen ihr aus den Augen vor herzinnigstem Mitleid. Die dicke Wirtin aber lachte roh und sprach, Ach was, was gehen uns die Peitschen Hebe an? Wir spüren sie ja nicht und haben nur Vorteil davon, wenn die Kerls recht arbeiten müssen. Vom Peter wusste die Wirtin freilich nichts und Waldhilde musste noch weiter ziehen von Stadt zu Stadt von Dorf zu Dorf bis sie endlich in die Hauptstadt kam. Da sah sie eine Schar Arbeiter, die für den König ein Jagdschloss bauen mussten. Ach, wie abgeziert und bleich sahen sie aus und unter ihnen erblickte sie ihren Bruder Peter. Fast hätte sie aufgeschrien vor Freude und Schmerz. Doch hielt sie den Aufschrei zurück, um sich nicht zu verraten. Mit Peitschen wurden die Ärmsten zur Arbeit angetrieben, wenn sie ganz entkräftet die Arme sinken ließen. Und es fiel dem Mädchen furchtbar schwer, dieser rohen Behandlung zusehen zu müssen, ohne helfen zu können. Aber das sollte der letzte Leidenstag der Gefangenen sein. Dafür wollte Waldhilde schon sorgen. Sie besann sich, wie sie es angreifen solle, ihren Bruder, aber auch alle anderen zu befreien. Und sie hatte bald einen Plan ersonnen. Am Abend, als die Arbeitszeit um war, folgte sie unsichtbar den Leuten, die ihre Sklaven vor sich hier trieben, zum Königsschloss. Dort wurden sie in einen leeren Stall gestoßen, in Ketten gelegt und mussten auf dem harten Steinboden lagern. Der Schließer schloss die starke Tür zu und Waldhilde folgte ihm in seine Wohnung, die dem Gefängnis gegenüber lag. Sie wartete, bis er sich zur Ruhe gelegt hatte und eingeschlaffen war. Dann nahm sie ihm sachte den Schlüsselbund unter dem Kopfkissen weg, ohne dass er erwachte, denn er hatte zum Nachtessen so viel Wein getrunken, dass er schlief wie ein Sack. Nun begab sie sich zu den Gefangenen, die vor Schmerzen, Hunger und Jammer noch nicht eingeschlafen waren. Seid ganz still, sagte sie mit leiser Stimme. Ich komme, um euch zu befreien. Aber wenn es gelingen soll, dürft ihr keinen Laut von euch geben. Es war stockfinster im Raum, und die Gefesselten konnten niemand sehen. Als sie jedoch solche Worte vernahmen, ging ein gemurmel des Erstaunens und der Freude durch ihre Reihen. Wer bist du? fragte einer leise. Wie heißt du, der du uns als Rettungsengel erscheinst? Ich bin nur ein armes, schwaches Mädchen. Aber der liebe Gott hilft mir und wird mir weiterhelfen. Waldhilde werde ich genannt. Waldhilde, oh Waldhilde, rief Peter mit gedämpfter Stimme. Bist du mein liebes Schwesterlein, um das ich immer getrauert habe, weil ich nicht wusste, ob die grausamen Feinde es nicht getötet oder misshandelt haben? Ja, ich bin es und ich habe dich gesucht. Gott sei Dank, dass ich dich fand. Jetzt will ich dir und allen anderen helfen. Zuerst löste sie nun die Fesseln der Gefangenen, was in der Dunkelheit nicht so schnell ging. Glücklicherweise waren die Schlösser an allen Ketten gleich, so dass sie nicht lange nach den Schlüsseln suchen musste, nachdem sie einmal hatte, der in jedes der kleinen Schlösser passte. Jetzt lasst mich voran und folgt mir ganz leise, befahl Waldhilde. Dann ging sie aus dem Kerker und einige Schritte hinter ihr folgten die Befreiten nach. Im hellen Mondschein draußen konnten sie ihre kleine Retterin sehen, die ihnen wie ein Engel erschien. Und schön wie ein Engel war sie auch. Mit Absicht ging sie jetzt nicht unsichtbar, sondern ließ sich sehen. Sie schritt geradewegs auf die Wache vor dem Schlosstor zu. Da standen zwei Wächter, die gar nicht wussten, was da für ein Zug von Leuten in der Nacht daherkam. Sie rissen vor Staunen die Mäuler weit auf und streckten die helle Baden vor. Von draußen konnte doch niemand eingedrungen sein, denn es waren noch zwei hohe Mauern um den Schlosshof, an deren Toren starke Wachen standen, die niemand herein ließen. Es mussten also Leute vom Schloss sein. Aber was wollten sie zu dieser nächtlichen Stunde? Die Wächter konnten nicht lange fragen, denn ehe sie einen laut hervorgebracht hatten, flogen ihnen ein paar Pulverstäubchen in den Mund, dass sie die Maulsperre bekamen und nur noch gurgelnde Laute hervorbrachten. Zugleich warf ihnen Waldhilde etwas von dem Krampfpulver auf die Ellenbogengelenke und die Knie, sodass ihre Glieder steif und starr wurden und sie sich nicht mehr regen konnten. Jetzt ging der Zug ins Schloss und alle Wächter wurden auf die gleiche Weise unschädlich gemacht. So kam die des Königs. Dort brannte ein schwaches Nachtlicht, mit dem Waldhilde die Kerzen an den Wandleuchtern und Kronleuchtern ansteckte, sodass es taghell wurde. Da erwachte der König, aber er glaubte zu träumen, als er die vielen Jammergestalten in seinem Gemach sah und voran ein wunderschönes kleines Mädchen. Grausamer König, sagte Waldhilde. Jetzt bist du unser Gefangene. Siehe, diese alle hast du aus ihrer Heimat geschleppt und in unmenschlicher Gefangenschaft gehalten und misshandeln lassen und viele tausend andere dazu. Unsere Dörfer und Städte hast du niederbrennen lassen und niemand von uns hat dir doch etwas zu leide getan. Jetzt könnten wir dich töten und du hättest es wahrhaftig verdient mit deinen Schandtaten. Aber wir wollen dir dein armseliges Leben lassen. Gott wird dich strafen, wenn du dich nicht besserst. Allein das verlangen wir, dass du alles Volk unseres Landes, Männer, Weiber und Kinder freigibst und jedem so viel Geld auszahlst, dass ihm doppelt ersetzt wird, was du raubtest und zerstört ist und er sein Haus wieder aufbauen und seine Güter wieder instand setzen kann. Du selbst wirst uns jetzt in deine vom Raub gefüllte Schatzkammer führen und wir wollen sehen, ob das ausreicht, was wir darin finden. Nun merkte der König wohl, woran er war. Wie kommt ihr hier rein? rief erwütend. Wie ist es möglich, dass die vielen Hilfe, Hilfe, Räuber, Mörder. Aber seine Diener konnten ihm nicht zur Hilfe eilen, denn sie waren festgebannt. Spare dein Geschrei, sagte Waldhilde. Wir sind keine Räuber noch Mörder. Das seid ihr selber, du und dein Volk. Und helfen kann dir niemand. Dein ganzes Schloss ist in unserer Gewalt. Da half es nichts. Der König musste sie in seine Schatzkammer führen. Und die Befreiten nahmen Gold und Edelsteine zu sich. So viel, dass jedem Bürger ihres Landes das Doppelte seines Verlustes ersetzt werden konnte. Dazu reichten die Schätze des Königs gerade aus. Vergeblich jammerte er, dass ihm selber nichts mehr bleibe, wenn er so ausgeplündert werde. Es ist doch alles gestohlenes gut, sagte das Höhlenmädchen. Und du hast so viele erbarmungslos arm gemacht, dass es ganz gut für dich ist, wenn du es jetzt auch verspürst, wie es tut, arm zu sein. Peter, der seine Schwester immer wieder umarmte und küsste und nicht von ihrer Seite wich, hatte des Königs Purpurmantel aus dem Schlafzimmer mitgenommen. Der wurde jetzt dem König über das Nachthemd umgelegt. Und dann ging es zum Schloss hinaus. Die erlösten Gefangenen bewaffneten sich mit den Peitschen ihrer Aufseher und mit den Hellebaden und Schwertern der Wächter. Und dann zogen sie mit dem Gefangenen König durch die ganze Hauptstadt. Und er musste überall Befehl geben, die Leute freizulassen, die hier in Knechtschaft gehalten wurden. Folgte er nicht gleich oder versuchte er gar, seine Soldaten zu Hilfe zu rufen, so erhielt er so saftige Peitschenhebe, dass er schnell gehorchte. So kam schon in der Hauptstadt ein stattliches Heer befreiter zusammen. Die Soldaten mussten ihnen ihre Waffen geben, und wenn einer sich weigerte, so lähmte ihn Waldhilde mit dem Krampfpulver. Da erschraken die anderen so sehr, dass sie alles taten, was ihnen befohlen wurde. Wagen und Karren genug wurden mitgenommen, dass alle Fahren und Lebensmittel für die Reise mit sich führen konnten. Und so ging es durch das ganze Reich, bis alle Gefangenen frei beieinander waren. Dann erst wurde der König an der Grenze seines Landes losgelassen, musste aber schwören, Frieden zu halten, und nie mehr einen Krieg anzufangen. Das war ein fröhlicher Zug, der nun der Heimat zu eilte. Als sie in den Wald kamen, flohen die wilden Tiere vor der großen Menschenmenge. Der Zwerg Zwergkönig mit all seinen Zwergen aber zog ihnen festlich geschmückt entgegen, um die tapfere Waldhilde zu begrüßen. Die gab ihm auch gleich die Tarnkappe zurück, mit vielem Dank, denn das hatte sie ja versprochen, und sie brauchte sie auch nicht mehr. Das ganze Volk, das von Waldhilde erfahren hatte, dass es seine Befreiung eigentlich den braven Zwergen verdankte, versprach, niemals mehr einem Wichtelmännchen ein Leid zuzufügen, sondern in Frieden und Freundschaft mit dem Völklein zu leben. Das hielten sie auch, und die Zwerge brauchten sich nicht mehr vor ihnen zu verstecken, sondern konnten am hellen Tage sichtbar im ganzen Land verkehren. Und das kam den Leuten zugute, denn oft waren ihnen die kleinen Männchen nützlich und behilflich. Das glückliche Volk aber machte Waldhilde zu seiner Königin und Peter musste König werden und es war das erste Mal, dass Bruder und Schwester König und Königin waren. Sie herrschten in Frieden und Glück miteinander ihr Leben lang und der kleine Wicht, der Waldhildes besonderer Freund war und ihr zu ihrem Befreiungswerk geholfen hatte, kam fast jeden und sie hielten treue Freundschaft miteinander. Die Hühner mit einer ganzen Schar niedlicher Küchlein und die guten Sachen aus der Höhle wurden ins Schloss geholt. Der verwilderte Obstgarten mit den Mandel und Kastanien und den vielen anderen herrlichen Obstbäumen kam zum Schlossgarten und lieferte stets die köstlichsten Früchte. Oft besuchte auch das Königspaar den Zwergkönig in seinem unterirdischen Palast. Im Sommer aber zog Waldhilde mit Peter immer für einige Wochen in die kühle Höhle und lebte dort gerade so wie in der Zeit ihrer Not. Und das gefiel ihr noch besser als das Königin sein. Jetzt war sie ja nicht mehr so einsam und verlassen und der Wald vor der Höhle war grün. Da konnte man des Tags vor dem Eingang im Moos sitzen und den Vöglein zuhören und sich mit den vielen Freunden und Freundinnen die zu Besuch kamen unterhalten und vergnügen. Oh das war wunderschön. Dann war Waldhilde wieder das Höhlenmädchen. 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 Höhlenmädchen.